Wie fange ich das an? Ja. Ich würde erstmal sagen, Moin Freunde und tausendmal danke, das ist jetzt hier nicht das Abo-Special. Dadran bin ich noch am Arbeiten. Am tausendabonnenten-Special. Wie gehört bin ich immer noch leicht verschnupft. Ich bin mitten im Urlaub. Urlaub zu Hause. Das ist aber auch nicht das Ding. Und auch nicht, dass ich krank bin, ist auch nicht das Ding. Ich möchte mich hier nochmal ganz herzlich bedanken an alle Abonnenten, die abonniert haben. Abo-Special ist in Planung, aber ich möchte das auch nochmal nutzen, um nochmal ein paar Leuten wirklich nochmal extra zu danken. Die mir eigentlich immer wieder auch Kraft gegeben haben, um das hier weiterzumachen. Um es weiterzuführen, um es mit den mittlerweile zweieinhalb Jahren, fast drei Jahren, die es diesen Kanal gibt, die mir auch dabei extrem geholfen haben. Und die mich auch so ein bisschen in der Sekunde, wo ich die tausend Abonnenten-Marke überschritten habe. Ganz einfach auch nochmal komplett überrascht haben mit einem Video. Ich werde euch das Video natürlich überall verlinken, beziehungsweise habe ich es vielleicht sogar schon überall verlinkt. Ich möchte sie aber auch nochmal namhaft erwähnen. Das ist zu meinen Julian Reviews, Ion Tech Cinema Studios, der Marv oder Marv. Jo, jetzt fangen sie an zu hammeren. Das ist der liebe Karpel. Und ein Karpel, mein P20 Pro kriegst du noch nicht. Vielleicht irgendwann mal. Und ganz besonders möchte ich mich nochmal bei meinem Kumpel, Freund, Kollegen, ein Percy bedanken. Ich muss ganz ehrlich sagen, wie oft ich mit ihm geschrieben habe und wie oft er mir auch geholfen hat, kann ich gar nicht wieder gut machen. Und ich kann es auch gar nicht oft genug sagen, danke, mein Freund. Vielen, vielen, vielen herzlichen Dank. Man muss auch sagen, durch euch macht diese ganze Geschichte überhaupt noch Spaß. Natürlich auch durch alle anderen. Ich möchte hier keinen vorwegnehmen. Durch diese sechs, die haben mich immer wieder angeregt, neue Sachen noch auszuprobieren, neue Sachen zu machen, auch andere Formate stillzulegen oder auch wieder neue Formate immer wieder auszuprobieren. Und die, die schon länger mit dabei sind und das sind auch diese sechs, die wissen, dass ich extrem viel ausprobiert habe. Und ich bin immer noch sprachlos und ich verlinke euch auf jeden Fall das Video oben nochmal an der Ecke. Wahrscheinlich schon von Anfang an immer mal wieder. Zieht es euch unbedingt rein. Lasst einen Daumen nach oben da und lasst auch liebend gerne einen Kommentar da. Absolut geil. Muss ich wirklich sagen. Wirklich. Ich war zu der Sekunde sowas von happy und dennoch so ein Video zu sehen absolut sprachlos. Ich hoffe, ich kriege die nächsten Tage irgendein Abo-Special beziehungsweise die nächsten Wochen noch ein schönes Abo-Special hin. Ich weiß selbst noch nicht, was ich als Abo-Special mache. Keine Ahnung, ob es eine Verlosung, ob es keine Ahnung, irgendwas. Ihr könnt natürlich auch gerne Vorschläge unten reinschmeißen. Ich muss mal gucken, was es genau wird, wie es genau wird. Muss ich mal sehen. Vielleicht wird es auch in zwölf Stunden live streamen, wobei das bei meiner Internetsituation nicht ganz so einfach ist. Gut. Das wird es jetzt auch wirklich gewesen sein von diesem kleinen, kurzen Video. Und wie gesagt, geht unbedingt drüber. Haut rein. Vielen, 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 vielen tausendmal Dank und bis zum nächsten Video. Ciao.